So, es gab eben einen Überfall aufs Camp. Wir wurden angegriffen mit Feuerwerkskörpern. Zelte wurden zerstört. Schilder wurden beschädigt. Polizei ist im Einsatz. Tierisch kaputt gemacht. Hier, Zelte wurden zerstört. Wir wurden hier komplett angegriffen. Das Camp wurde zerstört eben. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe versucht, die Täter zu verfolgen. Fünf, sechs Gestalten sind weggelaufen. Hier zerstört. Zelt ist zerstört. Hier kaputt, aufgeschlitzt. Hier beschmiert. Hier aufgeschlitzt. Hier Untertitelung des ZDF, 2020